Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel der Anfang der Habsburgischen Herrschaft in Österreich im Zusammenhang mit dem Thema Mittelalter. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Der Anfang der Habsburgischen Herrschaft in Österreich. Nach dem Tod des letzten männlichen Babenbergers im 13. Jahrhundert, also im Jahr 1246, konnte König Otto Kar II. Przemysl von Böhmen den Adel der ehemaligen badenbergischen Länder darzubringen, ihm die Herrschaft anzubieten. Otto Kar beherrschte dadurch ein Gebiet, welches vom Königreich Böhmen im Norden bis hin an die Adria bzw. den Mittelmeer reichte. Das damals zum Heiligen Römischen Reich gehörende Königreich Böhmen entspricht ungefähr dem Gebiet des heutigen Tschechiens und wurde damals vor allem von tschechisch und deutsch sprechenden Menschen bewohnt. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, 1273, wurde mit Rudolf I. aus der Familie der Habsburger ein neuer römisch-deutscher König gewählt, der versuchte ein starker Herrscher zu sein und die Macht seiner Familie zu erweitern. Da sowohl der deutsche König Rudolf I. aus der Familie der Habsburger als auch Otto Kar II. Przemysl von Böhmen ihre Mann begrüßen wollten, kam es schließlich zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zwischen beiden Männern. Der römisch-deutsche König Rudolf I. forderte von Otto Kar II. die Rückgabe der ehemaligen Gebiete der Babenberger an das Heilige Römische Reich und damit die Möglichkeit unter anderem das Herzogtum Österreich durch die eigene Familie beherrschen zu können. Der Otto Kar II. diese Forderung Rudolfs ablehnte, kam es zu einem bewaffneten Konflikt. Nach kleineren Gefechten kam es schließlich 1278 zur Entscheidungsschlacht zwischen den Armeen von Rudolf I. und Otto Kar II. Przemysl auf dem Machfeld im heutigen Niederösterreich. Der Böhmische König starb bei dieser Schlacht und die Armee Rudolf I. konnten einen Sieger ringen. Rudolf I. konnte jetzt als römisch-deutscher König die ehemaligen Gebiete der Babenberger an jemanden anderen als Lehen verleihen. Da der Habsburger Rudolf I. die Macht seiner eigenen Herrscherfamilie vergrößern wollte, gab er als König des Heiligen Römischen Reichs den ehemaligen Besitz der Babenberger an seine eigenen Söhne Rudolf von Albrecht als Lehen weiter. Durch den Besitz der Fürstentümer Österreich und Steiermark wurden die Habsburger als bisherige Grafen jetzt sogar Fürsten. Die Habsburger konnten in den nächsten Jahrhunderten durch unter anderem Heiraten und Eroberungen im Herrschaftsbereich deutlich erweitern. Die Habsburger schlossen mit befreundeten Familien sogenannte Erbverträge, die genau regelten, wie im Falle des Aussterbens einer der Herrscherdynastien, also einer der Herrscherfamilien, deren Besitz erben sollte. Die Habsburger konnten so bis zum Jahr 1400 unter anderem Kärnten und Krein, also Teil des heutigen Sloweniens, Tirol inklusive Südtirol und Vorarlberg erwerben. Für sein Ziel die Macht der eigenen Herrscherdynastie zu erweitern zu können, schreckte Rudolf IV. im 1400 nicht davor zurück, durch seine Schreiber Unterlagen fälschend zu sein, laut der die österreichischen Herzöge angeblich schon früher besondere Rechte im Heiligen Römischen Reich erhalten hätten. Diese Urkunde erhielt die Bezeichnung Privilegium Maios, bedeutete übersetzt großes Vorrecht und beinhaltete so unter anderem das angebliche Recht, nicht an den Kriegen des Heiligen Römischen Reiches teilnehmen zu müssen und die Verleihung des Titels Erzherzog an die österreichischen Herzöge. Da das Privilegium Maios als Fälschung erkannt wurde, konnte Rudolf IV. seine Wünsche nach Sonderrechten für das eigene Herzogtum Österreich nicht durchsetzen. Einige der Inhalte des Privilegium Maios wurden schließlich im 15. Jahrhundert vom römisch-deutschen König Friedrich III. aus der Familie der Habsburger anerkannt. Friedrich III. erhob so als Herrscher des Heiligen Römischen Reiches Österreich zu einem sogenannten Erzherzogtum mit besonderen Rechten und erleichterte damit die spätere Entwicklung Österreichs zu einem eigenständigen Staat. Manche Teile des Gebiets des heutigen Österreich wurden im 15. Jahrhundert noch nicht durch die Habsburger beherrscht. So gehörte zum Beispiel die Gebiete des heutigen Burgenlandes Salzburg und das Impfviertel noch nicht zu. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema Handel im Mittelalter und europäische Entdeckungsreisen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017